So, da sind wir wieder. Alle erholt, alle frisch. Das heißt wir gehen jetzt hier in den Späne. Gut, dann gehen wir jetzt hier rein. Nachdem wir das ja jetzt gecleared haben, sollten wir da eigentlich reinkommen. Vielleicht können wir hier noch ein paar Sachen umsortieren. Warte mal, hier haben wir ein Gewehr. Jetzt geben wir mal Raven. Und dazu die Munition. Was ist die hier? Die geben wir auch Raven. Eis. Raven hat hier zwei Dinger, das ist gut. Der braucht aber keine. Die geben wir mal Eis. Halt die Klappe. Du brauchst das nicht. Wir haben nicht so viel Zeug. So, dann kriegt der Raven, kriegt noch ein Mumpeln dafür. Zack. Kann man hier schon irgendwie reloaden? Ne, ne? So, M.D. hat ein Messer. Hyruid hat ein... mhm, mhm, mhm. Kann man den hier aufpassen? Ne. Dem, das kannst du mal dem Hyruid geben. Du musst sowieso annehmen wollen. Der ist glaube ich mit Fäusten besser. Ja, sieht gut aus. Versuchen wir mal so ins Rennen zu gehen. Kommando, Paktikansicht. Engage. Das hat es schon in sich. Da kann man schon nicht meckern. So. So, hier haben wir ja alles weggeflext. Hier oben müssen wir hin. Hier glaube ich auch nichts mehr. Gehen wir mal hier durch. Gucken, ob hier noch irgendwelches Zeug ist. Okay. Gut. Hier speichere ich erstmal. Warte mal, das speichern wir hier unter alle tot. Alle tot oben. Spiel speichern. Ja. Möchte ich überschreiben, weil jetzt alle geheilt sind. So. Auf dem Mutti, würde ich mal sagen. Ja. Was ihr nicht seht. Auf dem Zeitpunkt schon. Ein paar Versuche unternommen, hier vorwärts zu kommen. Aber ich bin... Wir sind... So. Erstmal hacken wir das Ding hier. Hm. Hier rein. Die Frage ist, ob wir hier... Ob wir hier oben bleiben können. Ob die einfach, ob die vielleicht einfach rauskommen. Aber ich glaube es nicht. Ich bin hier. Ich bin hier. Ich bin hier. Ich bin hier. Ich muss hier arbeiten. Ich bin hier. Scharlene Higgins. M.D. present. Schzen분. Raven, hier. Eyes, hier. Ready. Holding position. Visual contact. Alle bere! Acht,獲得! Acht! Okay, 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 okay. Ich weiß nicht ob wir überhaupt irgendwas machen sollten. Einfach mal zu gern, ne? Ja, ich guck mal, guck mal. Schon mal gut. Wir haben uns mal sehr defensiv verhalten, weil bei den letzten Versuchen offensiv reinzugehen war eher nicht so geil. Cool, Alter. Das ist gut, das war gut. Hammer, Alter, Hammer. Das war gut. Das war ne geile Aktion jetzt hier. Machen wir gleich nochmal. Machen wir gleich nochmal, Alter, das machen wir gleich nochmal. Mal. 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 Ich will das nur wenn sie hier vorne reinkommen. Ich kann nicht verschmerzen, Alter. Und unschön. Und da noch einer. Wo kommt denn der jetzt noch her? Eko Mio de la Quasta, Alter. Das war's so. So. Keep it in real. Ja. So. 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 Not. So bad at all. So. 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 Da kannst du dann auch da hocken bleiben. Gut, 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 gut. Dann können wir hier reloaden. Ich weiß, das ist natürlich ungeil, dass wir jetzt schon so viel Mumpeln hier aufbrauchen. Ich werde gleich mal mit der Pistole weitermachen. Für die zwei Kackvögel, die ja noch übrig sind. Ich sollte das jetzt hier schon mal zu verwegen lassen. Zauber. Oh, stop it man! That little side hustle with damn smoke. Cool. Nice! Was war? Fehlgeschlagen? Das bedeutet, wir müssen noch mehr trainieren. Was war? Ich hab's jetzt nicht gelesen, Alter. Fehlgeschlagen scheint irgendwas da, oder? Was war? Ich hab's jetzt nicht gelesen. Ich hab's jetzt nicht gelesen. Was war das? Ich hab's jetzt gelesen. Ich hab's jetzt gelesen. Hey, gib mir Blink. Show mir Cheddar. Oh, sweet, sweet, sweet. Alter, fuck it. Side-Check, wer hat denn Weisheit? Die vielleicht? Die vielleicht? Ah. Weisheit bekannt, okay. Hm, ist jetzt hier noch einer drin, oder? Ready. Will do. What's this? Junk? Any high-caliber goodies in here? Hammerhart, Alter. Hammerhart. Ich glaube, wir haben ihre private Stache gefunden. Okay. Das war's, oder? Das war's offensichtlich. Okay, cool, 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 cool. Cool, 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 cool. Okay, dann, äh, können wir hier auf die zweite Liden-Ansicht gehen. Nächste ist dann I3. Okay. Okay, dann gehen wir erstmal hier rüber. Okay, dann gehen wir erstmal hier rüber. Wir sind hier. Ich meine, in diesem particular sector und all. Sollte ich mich mal hier warten, bis die... Und jetzt mal hier rüber, ja. ... ... Amen. Hm. Ja, ich behal die erstmal bei. Los für eine Woche, ne? Ja. 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 Heiß, Alter. Alter. Helmut, Helmut. 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 Helmut, 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 Helmut. Helmut, 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 Helmut. so ok also wir sehen uns bei der nächsten folge dann räuchern wir noch hier die aus in der hoffnung dass wir dann ein bisschen mehr geld kriegen irgendwie ich weiß auch nicht wie man ob man sachen verkaufen kann ob man kann nur sachen variieren aber nicht verkaufen keine ahnung ehrliche sagt man denn irgendwie geld kriegen ja 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 in ja 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 o Amen. Hmm. Hätte ich zu Hause machen sollen. Na gut, okay. Pass auf. Wir machen jetzt hier Feierabend. Bis zur nächsten Folge. Schaut wieder rein, wenn wir E3 plündern. Pfff.